Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Escape Room Spiel. Leute, wir spielen Stellaroid und ja, die Grafik legt euch schon ein bisschen nahe. Es ist vielleicht ein wenig an Interstellar angelegt. Nun ja, jedenfalls ist das Spiel von Highlander Interactive entwickelt worden und im November 23 rausgekommen auf Steam erschienen. Ja, und wir gucken uns jetzt mal an. Spiel. Engine System. Critical. Requires imminent repair. High gravitational focus detected outside the ship. Und wo ist die Hölle? Crewman Robert, da ist kein Trace von Crewmembers in den Fakilites. Shit. Warum war ich die letzte Zeit zu wenden? Crewman Robert, da war ein Timer-Failure auf deinem Pod, das ist warum du aufgerüstet hast. Ich muss nachforschen. Jawohl. Okay, cool. Sehr gut. Aber warte mal, das ist so, ich habe die Musik eben runtergedreht, weil das war mir einfach viel zu laut. Ich würde das gerne doch nochmal ändern wollen. Auf ein bisschen höher, damit wir auch die Sprache ein wenig verstehen. Okay, Musik und Ton lassen sich leider nicht einzeln einstellen. Also, mal gucken, wie ich das mache. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Key. Grabs Key, Pops Key. Was? Okay. Ja, ich finde es gut, dass man auch die Sprache Deutsch einstellen konnte. Hey, wird wahrscheinlich für die Tür sein. Was haben wir hier noch? Also, dafür, dass hier so viel rumsteht, können wir ziemlich wenig anfassen. Okay. Na gut. Also, das ist noch rot. Der Button Key Slot. I need to enter a key hier. Oh, drücken Sie hier 1, drücken Sie I. Kann ich das checken? Kann ich nicht. Kann ich es usen? Usen kann ich es. Okay. 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 Und dann geht die Tür auch auf. Cool. Krass. Bleh. 25 Minuten? Wo kommt denn das ganze Wasser her? Ich denke, wir sind in der Weltall. Unable to establish the VPN connection. You are connected to the little TSS. Hey, servier mal ein eigener Rechner. Mensch. Okay. Boden Treppe 2. Der Button. Hier komme ich in meinen Reihen. Okay. Es ruckelt ein wenig. Hm. Okay. Was haben wir da? Ja. Diese Leiter hier. Okay. Okay. I still need to do something. Broken ladder. Und hier ist ein Kermut. Three digits. Vier. Vier Nummern. Okay. Komme ich denn hier in irgendwas ran? Hier kommt auch überall Wasser rein. Ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Wartungsraum. Das hört sich doch gut an. Warte mal. Wenn das hier der Wartungsraum ist, was haben wir dann hier? I need to still need to do something. Schließfächerzimmer. Ach, das hört sich doch interessant an. Okay. Da kommen wir auch nirgends voran. Da sind in der Tat Schließfächer. Locker. Ich muss die öffnen mit einem Tool. Okay. Alles klar. Gut. Hm. Hm. Da geht's durch. Sonst ist hier nichts. Ah, gut. Oh. Interessant. Okay. Das haben wir hier. Da steht hier irgendwas. Alte Nachricht vom Crewmate. Irgendwas. Denken Sie daran, der Code für die Luke zum Boden 2 befindet sich im zweiten Schließfach im Schließraum. Ah. Dies hier meinst du? Aber da komme ich darüber eigentlich gerade. Warum holt das so? Das ist ja doof. Ich hatte die FPS-Zahl hochgestellt. Ich glaube, das war keine gute Idee. Hm. Okay. Wir brauchen also ein Tool. Na klar. Ja. So. Hm. Hier liegt auffällig viel. Nichts rum. War mal eine ganz anständige Crew, ne? Ziemlich gute Größe. Oh. Das Wasser kommt durch. Na toll. Ich komme hier nirgends wo dran. Wartungsraum. Komme ich da ran? Nee. Auch nichts. Gar nichts? Ernsthaft? Ja. Nichts. Guck mal. Das leuchtet so lustig. Auch nichts. Hm. Bäh. Okay. Ich komme nirgends wo dran. Cool. Räume. Das ist sehr... Dobuton. Okay. Wieder ein Terminal. Aber nichts an, was wir rankommen. Da. Nick. Nick S. ID 5. Das ist der erste... Oh, warte mal. Das will ich mir mal gerade limitieren. Sekunde. Nick S. 5. Okay. Gut. Betten. Sehr viel Privatsphäre. Mhm. Okay. Warte mal. Da sind wir hergekommen. Was sind wir hier? Cool. Uh. Guck mal. Da können wir sogar rausgucken. Ja, es sind sogar 08, 08. Die haben mal eine Ziffer 08. Wow. Ziemlich cool. Ein Planet. Und da hinten... Oh, da ist es ja. Weshalb wir hier sind, ne? Ne, das Ruckeln ist... Das geht gar nicht. Ich setze gleich wieder runter. Da komme ich dran. Hier liegt auch nichts. Da. Mendes... 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 Ruh... Aldi 4. Okay. Habe ich notiert? Das Wasser steigt immer höher. Cool. Wir werden hier trinken. Was ist denn das da? UNC-Network. Hm. Was ist hier? Ja. Nichts für uns. Ich komme da nichts dran. Ist ja unglaublich. Hm. Da. Guck mal. Äh. Jaiqa T. Jaiqa T. Die Nummer 6. Okay. Gut. Cool. Und da. Da ist die Singularität. Cool. Oh. Da ist noch ein Hinweis. Emily C. ID 3. Okay. Ist notiert. Mit einem Foto dran. An das wir aber auch nicht drankommen. Gut. Fine. Okay. Das sind die... Luxus-Kabinen hier, ne? Hm. Tja. Da. Wenn Sie mal schauen. Aber ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Da ist noch was. Chris C. Chris ist die 2. Okay. Wir haben nicht viel Zeit, um das zu bewundern. Weil wegen... Hey. Wieso komme ich nicht mehr weg? Achso. Okay. Hier ist... Erstaunlich viel. Nix. Noch ein Aufenthaltsraum. Das ist doch ein Rundgang, ne? Glaube ich. Ja, es ist ein Rundgang. Okay. Alles klar. Ich bin beruhigt. Was ist das denn hier? Gar nichts. Oh, hier. John mit dem H vor dem O. Ist I1. Okay. Alles klar. Da steht irgendwas. Ach, das ist einfach nur ein Lightroom. Oh, was haben wir denn hier? Das ist was... Oh. Ne, so wird es wohl oben sein. Ich komme nicht dran. Ne, ich komme nicht dran. Das ist nicht für uns gedacht. Okay. Hier scheint es aber... Ne, hier scheint es nicht nach oben zu gehen. Wofür braucht man die Leiter? Keine Ahnung. Und der Wasserspiegel stark hiked. Das haben wir uns schon angesehen. Hier geht es nach irgendwo hin. Wartes Raum. Hatten wir schon gesehen. Ihn haben wir vielleicht noch nicht ganz gesehen. Okay. Ne, komm. Das nervt mich. Warte mal. Einstellung. Nein, das nervt mich. Sorry. Aber das setzen wir runter auf 60 FPS. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht neu starten. Sonst wird das nämlich peinlich. Ja, naja, mal sehen. Da ist die 6. Was ist das hier? Nix, nix. Oh, was haben wir da? Hier, ich komme an was ran. Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheint irgendwie mit den Schranktüren zusammenzuhängen. Wo kommt das viele Wasser her? Uh, was haben wir denn da? Hier. Da. Nick S. Ah, warte mal. Nick. Maintenance. Rot und grün. Das hängt damit zusammen. Würde ich mal annehmen. Also, warte mal. Wir haben Nick ist grün. John ist rot. Chris ist grün. Grün. Emily ist grün. Ähm, Emily ist grün. Grün. Und die anderen sind rot. Aus grün, die keiner kennt. Okay, warte mal. Ist das schon hier für, für dieses Ding hier? Ähm, warte mal. John. Eins ist rot, grün. Grün. Rot, grün. Ne, warte mal. Rot, grün. Ah, okay, gut. Electric Drill. Hm. Damit müsste ich vermutlich jetzt... Wo war denn das? Äh. Nicht hier. Da. An den zweiten Drill gehen, ne? Kann das sein? Augenblick mal mit I. Das Inventar öffnen. Okay. Use. Ja, ich hätte funktioniert. Okay. Dann komme ich an das Infopad. Äh. Ja. Game. Right-Click. Dullo. Okay. Infopad. Kann ich dir irgendwas machen? 5080. Hedgecode. 5080. Ach, das ist für... Ach, Quatsch. Blöd. Wie komme ich denn da wieder raus? So. 5080. Äh. Ja. Wenn ich das noch wüsste. War das hier? Nein. Wo war denn das? Das war hier, ne? Da. So. 5080. Enter. Was ist passiert? 255, 240. Was hat das denn zu bedeuten? Aber was hat sich jetzt getan? Kann ich die Leiter mitnehmen? Ne. Was ist passiert? Keine Ahnung. Hm. Weiß ich nicht. Was hat das... Was hat das jetzt gebracht? I need to do something. 5, 0, 8, 0. Ah, cool. Man kann... Der Code ist nur ein Einmalcode. Aber was mache ich damit? Hm. Irgendwas hat sich geöffnet oder so? Nee. Broken Ladder. Irgendwas hat das bestimmt auch zu bedeuten, ne? Keine Ahnung. Okay. Was mache ich jetzt? Ich fühle mich gar nicht unter Druck gesetzt. Okay. Habe ich denn noch irgendwas im Inventar? Check. Use. Use. Okay. Ja, okay. Das andere bringt nichts, ne? Use. Use. Ah. Okay. Mehr Bilder. Cool. Use. Nix. Das ist ein bisschen umständlich, aber geht. Nichts. Hier vorne ist noch einer. Ja. Das hat gar nichts gemacht. Das war's. Okay. Nur was ist jetzt passiert? Boden 2. Ah, da oben geht es hoch. Ach so. Das hat sich geöffnet, ne? Ich brauche immer noch etwas... Oh, warte mal. Repair. Geht dafür auch die Drill? Das hat funktioniert. Ast rein. So, komme ich jetzt da hoch? Ja, komme ich. Cool. So, und weiter geht's. Haben wir hier auch das Wasserproblem? Zumindest erstmal nicht. Luna Industries. Okay. Luna. Okay. Immer noch unter Zeitdruck. Das sieht aufregend aus. Was ist das? Reserve. Reservenraum. Oh. Sollte ich nicht anfassen. Okay. Verstanden. Gut. Hier ist nichts. Da ist nichts. Bla, bla, bla. Hier haben wir auch nichts. Noch mehr Sitze. Das muss ja eine ziemlich große Mannschaft sein. Hm. Da komme ich gar nicht rein. Cool. Ah, vielleicht sollte ich das auch nicht. Okay. Halt. Da war doch ein Tipper. Key Slot. Oh, Moment. Ähm. Geht dafür. Geht dafür dieses Ding hier? Es ist offline. Okay, cool. Na gut. Komme ich denn hier durch? Okay, mit einem Tool. Natürlich. Sehr gern. Hä? Okay. Okay. Das Keypad funktioniert nicht. Vielleicht kann ich es versuchen, mit einem Tool zu eröffnen, um das manuelle Locksystem zu zu eröffnen. Man, wenn es schließt, vielleicht schließt das Ding zu... Da, 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 da. Okay. Reserveraum. Okay, gucken wir mal. Hier geht das rote Ding dahin. Da. Aber das sieht nicht so aus, als ob ich da das Ding benutzen könnte. Nee, eigentlich nicht so. Nee. Da unten. Ich komme neben mir das rein. Kratschen kann ich auch nicht. Okay. Nee. Okay, was für ein Tool wird denn wohl gebraucht? Offensichtlich habe ich dieses Tool noch nicht. Hm, 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 hm. Hm. Warte mal, hier kommen wir auch nicht wirklich weiter, ne? Nee. Nee. Kann ich das hier wegschieben? Scheinbar nicht. Und Hüppen ist nicht. Das ist ja hier strategisch sehr gut platziert. Okay. Komme ich denn hier mit dem mit dem Use cool krass Lagerraum oh warte mal da oben Moment vielleicht funktioniert das hier Use ah okay 1192 puh ich erkenne kein Muster hm okay irgendeine Zahlenfolge wird es wieder geben ich weiß noch nicht da 54 173 okay eins wir finden es schon raus wir finden es schon raus irgendwann irgendwie vier okay siehst du hat funktioniert äh gut was ist das das leuchtet so aufgeregt Korn was Kornstarch was ist denn das warte mal Kornstarch check bringt aber nichts keine Ahnung was das ist ähm okay da ist nischt weiter hier ist okay da geht's rein cool was haben wir da komm ich da ran mit irgendwas irgendwas was wir haben mit dem Keypad nein mit dem Schraubendreher auch nicht hm nein okay dann wohl nicht gut irgendwas wird es schon brauchen okay hier ist blaues Licht klasse bringt aber nichts okay gut so was haben wir hier unable und so weiter nix 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 uh ein Bohrer hm wofür mag das wohl gut sein okay kann ich damit irgendwas öffnen warte mal wie zum Beispiel das hier nein hm nö keine Ahnung äh ne mach das mal weg okay keine Ahnung wofür das gut sein soll hm und wieder eine verdächtige ah okay ah ja 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 maintenance gloves da weiß ich immer wofür die gut sind die sind hier drüben gut so hier und jetzt use maintenance gloves äh klar zurücksetzen was äh krass keine Ahnung was ich hier tun soll noch nicht zurücksetzen reset reset funktioniert immerhin reserven raum hm okay ich hätte jetzt gesagt ah ah so ein ding ist das okay warte mal so dahin und du dahin und du na vielleicht von dort noch da so okay cool hat geklappt was haben wir hier ja lecker da ist noch ein größeres von denen was haben wir hier tools und adherses für dummies ah ja gut ich habe ein buch genommen klasse das hier ist ziemlich broken panel I need to repair this können wir das wieder erstmal aufschrauben nein können wir das erstmal so auffummeln auch nicht okay na schön wird schon irgendwann gehen irgendwie was der code sollte rückwärts geschrieben werden aha da kommen wir nicht durch wir müssen erstmal uns darum kümmern ne ist hier denn sonst mal irgendwas ne sieht nicht so aus okay lösen wir mal das hier hm so und so das war schon falsch ne ja natürlich was das der gelbe ist dort der rote ist da der grüne ist hier ja das war schon falsch zurücksetzen okay also verschieben kann ich die vermutlich immer noch nicht ne also wir könnten den hier schon mal außen rum legen so das bringt uns noch nicht viel weiter aber immerhin so den das hilft so mittel weiter mit dem hier weiß ich noch nicht den gelben ohje doch ich komme da oben dran den gelben dorthin und den hier so herum so ja es hilft uns aber nicht bei dem hier weiter aber warte denk 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 doch ich weiß wie es laufen muss okay warte zurücksetzen also den nehme ich noch mal als erstes ich glaube ich habe es ich bin nicht ganz sicher aber das finden wir jetzt heraus so und hier und du kommst da hin und dann so rum und hier na du kommst da rum und dann hier hoch dann kannst du nämlich da lang laufen so zack und dann geht das auch mit euch beiden klar yeah okay das ist jetzt das da hm das ist jetzt schon mal gut wo kommt dieses Licht her ach wer weiß so also das würde schon mal funktionieren ja ich muss das hier broken panel I need to repair this okay gut kommt hier dieses Ding rein ja noch nicht ich muss es erstmal öffnen yes nein nochmal hier nein äh okay scheint gar nichts zu warte halt äh jetzt nee ich brauch da noch irgendwas anderes gut okay hm schön das haben wir das Moment komm ich hier dran okay mit dem hier hatte ich das ausprobiert da funktioniert das nicht okay so was dann das hatten wir schon was kann ich denn hier machen ach das kann ich doch öffnen ist ja interessant okay grabbed electrical repair kit ah okay hat das doch funktioniert na guck mal einer an ich hab nur nicht den richtigen button gedrückt ne ja 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 so hier und dann nehmen wir jetzt das repair kit ne use wow cool so und jetzt brauchen wir hier ein ein code clear und der code soll rückwärts geschrieben werden stand da der code soll rückwärts geschrieben werden welcher code ich hätte mir das aufschreiben müssen ne was war das 5080 ne das ist nicht der der ist äh der ist ja zählt nicht okay also ich probiere es mal mit 5080 also 0 8 0 5 ja das war es wohl nicht so ganz okay bekommen wir einen hinweis geben sie den code oh code unten in den computer an 5 4 9 xy das kann nicht sein next previous 5 9 xy okay aber es ist nur ein vierstelliger code also irgendwas anderes oh oh nein 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 ja ja ich weiß schon rückwärts muss das geschrieben werden aber es ist doch nur ein vierstelliger code oder gibt es hier noch irgendwas anderes aber cool dass es das auch gibt hm okay xy wie finde ich denn heraus was x ist und was y hier steht nichts weiter auf den rücken lehnen irgendwo nein halt da ist noch da ist gar nichts ok was ist x was ist y kann ich da durch irgendwas sehen nee nein sieht nicht so aus ne 35 das hat aber nichts zu bedeuten hm und es ist ja nur ein vierstelliger code das macht mir gedanken oh hier waren wir vorher noch nicht ne energiebereich ok ne schon doch hier waren wir doch doch alles gut doch doch haben wir gesehen ok habe ich hier irgendetwas übersehen weil irgendwo wird das hier schon gut sein ne power on es ist alles betriebsbereit es läuft alles hm hm aber hier ist kein rechner wo ich was eingeben kann ok cool cool ich kann überall das licht ausschalten das wenn das mal nichts ist da komme ich nicht dran hm interessant das hier sieht doch auch irgendwie verdächtig aus ne ist aber scheinbar nichts danger yes danger zone hm ok also moment habe ich irgendetwas was ich auf äh schnippeln könnte ich könnte das hier benutzen nein kann ich nicht ok gut wofür ist das hier wohl gut das ist für gar nichts gut hm hm wofür wird das aber doch sein, oder? xy ich rätsele immer noch an xy hm 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 zunächst soll soll y da rein hm geben sie den code unten in den computer ein ok was kann das bedeuten y also warte mal oh es sind fünf digits ok ähm gut also alles klar xy wie kriege ich y heraus und wie kriege ich x heraus moment stand das nicht irgendwo x glaube ich schon gelesen zu haben x ist gleich äh hab ich das nicht schon irgendwo gelesen x ist gleich ich renne mal renne mal zurück war das nicht die Info hm ne hm komm ich wohl nochmal runter nein das ist vielleicht auch besser so oh wir haben Füße hm ich glaub mich zu erinnern dass irgendwo x ist gleich stand aber wo hab ich das gelesen hier und sie da ist gar nichts drauf hier und sie ha 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 such 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 hier ist eine Schleusentür da kommt das Wasser nicht durch ne hoff ich mal da ist eine große 8 drauf aber das hat nichts zu bedeuten oder x hier gibt es viele xe komm ich hier irgendwo dran nein aufkunde ich nicht hm hm ok funktioniert das nein ich find's lustig ok ok schon gut ok können wir das hier mal checken da steht aber nichts weiter check oh hier steht was ok öh was was war das denn jetzt check oh tools and things für uuuuh mit dem provisorischen Klebstoffrezept aus Maisio, Essig, Wasser, Maisstück können sie für einen vielseitigen Klebstoff für Handwerks- und Reparaturzwecke zusammen ok ok das ist cool nur nur Mikrowelle die Mischung und da geht es ah ja ok das ist cool aber das hilft uns im Moment nicht weiter äh check das kann ich mir leider nicht ansehen das auch nicht und das scheinbar auch nicht ok cool das ist es also nicht fantastisch gut ok ich mach mich hier mal auf die Suche ich glaube ich hab ne Idee worauf es hinausläuft also x und y hab ich nicht gefunden äh aber ich könnte mir vorstellen dass das damit irgendwie zusammenhängt x und y 1,2,3,4,5,6 und hier es ist kein x oder y da dran hier sind es aber 3 6 und 3 ok also und wir sollen es rückwärts eingeben stand da ok also hab es mir notiert 4,5 5 5,4,9 oh guck mal die ist bei einer falsch geschrieben 5,4,9 hab ich es schon abgeschrieben und dann auch noch falsch na super also ähm sagen wir mal y ist die 6 also ok dann ist das 6,3 oh ich muss das auf Klär drücken 6,3 äh 9 4,5 so ah das war's herrlich hat funktioniert wir kommen weiter interessante Beleuchtung sehr sehr interessante Beleuchtung die Ladebildschirme schneide ich jeweils raus das ist äh das ist zu doof warning ah interessant ok aber da sind wir gerade hergekommen deswegen ist das wohl irre äh 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 noch nicht so laut was ist denn jetzt schon wieder das ist ja blöd das ist ja blöd hier ist auch ein warning und schon kommen wir langsamer voran das ist blöd ok gibt's hier irgendwo einen erste Hilfe Kasten hier gibt's doch garantiert erste Hilfe Kästen nein wir kommen schneller voran ok das sieht doch nach Medizin aus oder so was ist da nix ok irgendwo nur ein Medizinkasten an der Wand nö meine Damen und Herren der Weltraum unendliche Sterne weiten unendliche weiten oh was ist das denn das sieht cool aus warte mal da ist was 1 2 4 5 1 5 ok 0 halt 3 ich weiß da gibt's bestimmt irgendein Dings um da schneller dran zu kommen ich probier's einfach aus die ersten haben wir die dritte haben wir auch ok gut und da ist grabt switch piece b aha ok cool nichts ich sollte bläh was haben die hier gemacht Roboter Cotion Cotion für was ok erstaunlich dass die hier keine dass die hier so wenige erste Hilfe Kästen haben ne was haben die hier hergestellt irgendwelche Drohnen irgendwelche ja weiß ich nicht halt ah der ist hier rein missing switch Moment haben wir use I cannot use this here cool ok da kommt irgendwas anderes rein und die Sicht verschwimmt allmählich das ist klasse ok wir haben am anfang gesehen dass naja er hatte Metallhände ne also ist er ein android der warte mal kommen wir da ist er ein android ist er ein bewusstsein in einem androiden körper 55 day news 55 ah und wieder eine box ok 2 nee warte mal es musste 4 sein das war wohl falsch ok den ersten haben wir den zweiten haben wir okay cool was ist das das ist einer der boutons grabbed 34 ok ich bring den erstmal zurück sonst vergesse ich das wieder so hier und da kommt der switch hinein warte mal dieser hier use I cannot use this here warum nicht das sieht doch nach switches aus ok cool na gut hat nicht funktioniert naja so da ist die 55 drin sollte ich mir die schon mal notieren wahrscheinlich nicht ne 55 das war der code für hier da ist die 34 34 ok da ist noch was ok die erste Nummer hätten wir die zweite Nummer und gibt es mir und die dritte Nummer und da haben wir den nächsten switch cool piece piece a ok I need to enter key here ah ist da dieses ding für gedacht nein I can't use this here das ist auch nicht dafür gedacht schade eigentlich hm ok da ist die 2 super wo kriege ich denn jetzt mal was oh ok 5 stilliger code also dann könnte das sein 55 34 34 und die 2 ok 2 34 55 auch nicht ok vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis da ist auch noch was äh so 81 ach ja komm das machen wir wieder so das war 81 haben wir schon mal da 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 die zweite na also da haben wir das zweite dingelchen ok wir haben beide switches gut die sollten warum kommen die nicht da hinten ne so ok also irgendwas davon muss ja hier rein können ein bisschen switch base also die switch base das ist switch one I cannot use this here da unten kommt hier brauche ich ran use der kommt nicht hier dran oh alle und auch nicht hier dran ok können wir die irgendwie checken können wir nicht cool use ha hätte ich getippt würde jetzt da drauf kommen ne aber nö das ist es nicht ok hm muss ich das erst reparieren nein brauche ich nicht kann ich die beiden zusammenstecken hm scheinbar nicht ne scheinbar nicht ok schade tja na denn ok so hier umfütteln das kabel hin dort dran aber hier scheint ja nichts zu fehlen da waren wir bereits halt achso es verändert sich nur mit ja unsere sicht wird allmählich schlechter wegen blutverlust ne gut aber wo kommen die sachen dann dran kann ich das hier wieder öffnen mit dem mit dem schraubendreher oh ich habe den doch ich habe den schraubendreher noch nein kann ich nicht ok na gut ja so wo kommen die sachen dran hm hier nicht hm hier nicht ich muss diese nur mal da raus finden so wie viele möglichkeiten gibt es denn wohl ok also ich hatte zwei gut probieren wir es mit 255 34 nein die andere zwei hatte ich auch dann die 5 5 3 und 34 das hat funktioniert gut oh Notfall Kennwort wow okay item slot das ist nicht zufällig das hier okay das hat funktioniert dann kommt das andere ding hier dran use okay cool Notfall Kennwort schreibe ich mal auf 0 1 1 2 3 und 2 1 okay ja aber hier gibt es keinen hier gibt es keinen Notfall Kit switch oh warte mal ich habe das wieder mitnehmen können hä okay switch 1 würde ich jetzt mal sagen kommt da drauf okay switch switch 2 kommt da drauf und dann switch 1 kommt das hier drauf hä okay hier kommt gar nichts drauf warum funktioniert das nicht tja keine ahnung wo kann dann noch was reinkommen da kommen wir nicht dran okay das nehme ich wieder mit also hier switch 1 use das grüne kann ich aber nirgendwo kann ich nirgendwo benutzen also ich würde tippen und kommt hier drauf passiert aber nichts keine ahnung was das zu bedeuten hat kann ich noch was anderes verwenden vermutlich nicht oh warte mal vielleicht kommt der hier irgendwo hier hin item slot 1 keine ahnung vielleicht hat das gar nichts damit zu tun tja aber hier draußen sind doch keine rätsel mehr hier draußen ist doch nichts mehr hier 34 das hatten wir schon alles enter a key hier hier ist nein 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 nee es muss wohl da unten weiter gehen irgendwas hier aber vielleicht muss ich hier auch die sachen zusammensetzen warte mal switch 1 switch 2 guck mal use das dahin und das war jetzt switch 1 ne und das dahin okay so funktioniert das okay gut also dann use hier und den nicht dann doch so und dann hat es zusammengesetzt astral so funktioniert das gut so jetzt kommen wir auch vorne an das ding ran ich hoffe hält noch so lange durch so hier okay use switch 1 ich kann das hier nicht benutzen das glaube ich ja jetzt nicht ah da hat es funktioniert okay und use okay alles auf grün klasse wie finde ich das jetzt raus ach so ein Mist wie finde ich das denn jetzt raus ach so ganz klar das ist der code ne warte mal wie war das noch ich hätte es mir notiert 0 äh okay 0 nein 0 1 0 0 0 1 0 okay der war es nicht gut vielleicht genau umgekehrt oh warte mal das stimmt nicht äh nee nee 1 1 entschuldigung 1 1 okay gut dann ist das ja natürlich verkehrt halte durch du bist gleich da nein hä der code war 0 1 0 0 0 1 1 1 okay umgekehrt ist es auch nicht so von oh warte mal die schrift ist so angegeben also dann ist es vielleicht so rum nein ah das war's okay so ist das jetzt endlich grabbed 4 key da grabbed bandages ja und es geht mir immer noch nicht gut okay der 4 key kommt der denn jetzt rein ist noch nicht wirklich gut aber er ist jetzt bandagiert oder warte mal muss ich das erst noch benutzen ah okay ich hab's geused okay jetzt geht es uns wieder besser und hier use okay alles klappend drin super so äh okay was ist jetzt okay und da sind wir auf dem nächsten deck wie es scheint ist schon ziemlich cool hier ne ja schon ziemlich cool ah ja kein Wunder die Gravitation zerrt am Schiff ich hoffe wir kommen hier noch raus halt hier geht's rein okay Pilotschiff aha dafür brauchen wir wieder ein Code okay hier liegt was rum was ist das grab solar Infopad okay check alles klar okay 1423 enter set abc 1423 wir können es ja mal ausprobieren 1423 das ist es nicht das war der das andere 4213 4213 ja auch nicht okay cool wird wohl für was anderes sein ne na denn hier haben wir nix da können wir wieder was zusammenbasteln okay da ist eine Kiste oh okay cool ja also eine Kiste was ist hier was dran ja das war so klar okay gut also das heißt wir setzen den erstmal hier ein ne use so und jetzt brauchen wir nur noch für die wir brauchen nur noch Klegstoff ja wir sehen uns mal weiter um da drüben geht's auch rein hier kommt auch Wasser rein nein warum das denn wo kommt das ganze Wasser her das kann doch nicht sein es ist ein Schiff ach hier ach dafür hatten wir das äh ja 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 vinegar corn syrup moment lass mich das nochmal nachlesen äh check so hier stand das mhm färtschen was das entschuldigung check so maissirup essig wasser und maisstärke maissirup essig cup okay microwave und das alles in einer also hier die cup kommt nicht da rein i cannot use that here kann ich die cup hier abstellen nein ähm okay muss ich das vorne weniger corn syrup wir brauchen noch zwei mehr äh was ach dass ich das auch nicht rieche okay Wasser und maisstärke brauchen wir noch okay gut finden wir schon so finden wir schon was haben wir da cool hier da ist doch auch noch was dran ah guck mal die erde super warten auf diagnose motor instabil hm interessant wo sind die anderen typen ach hier guck mal da kommt die doch dann bestimmt am ende hinein ist nur die frage in welcher reihenfolge ne sollen wir mal probieren use ja wohl nicht ich habe mich möglicherweise getäuscht okay gut also nicht krass hm ich klicke wild aber ohne ergebnis nun gut wir schauen uns weiter um wir brauchen noch zwei weitere zutaten was haben wir denn hier sieht alles gar nicht so gesund aus da ist es ja ja da sagst du was wow okay ah okay die erde ja da hast du einen Punkt und du kommst doch du kommst nicht dahin ich brauche auch hierfür glue okay eins zwei drei vier krass na schön also auf der suche nach glue was äh schnellkörper quecksilber bla 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 venus erde mars langsamer körper das ist doch bestimmt auch irgendwie ein rätsel ne okay also ich brauche glue was ist denn das hier aufzug yay den ich nicht benutzen kann noch nicht oder nein es bleibt mir noch versagt gut was vielleicht auch gut ist weil wir müssen uns erst mal um das hier kümmern so also hm ja okay irgendwo muss ich die diese sachen finden gab es denn hier einen abzweig den ich bisher nicht gesehen habe da geht es nicht rein hier waren wir drin stehen hier irgendwelche flaschen rum oder so hm die habe ich bereits geöffnet da hinten ja keine ahnung okay war hier vorne noch etwas ne hier hat er mich noch rausgeschmissen ja hier komme ich nicht mehr zurück das heißt also das Zeug was wir oh guck mal ja ich schweb da in der luft das geht schon schweb 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 so heißt das aber dass wir die Kombination warning toll das ist bereits überflutet oder was heißt das dass wir die sachen hier erst zusammenfügen müssen ich weiß so zum beispiel in die cup äh was i cannot use it hier bist du ganz sicher ja er ist ganz sicher okay nein das funktioniert tatsächlich nicht also muss der wohl tatsächlich hier hin okay genau gucken wo ist es denn euch steigt schon über die schweb guck mal da drüben steht auch was was bist du denn du bist gar nichts okay in den kochen liegt auch nichts warum bin ich hier alleine wo sind die anderen denn hin die anderen sind schon ohne mich abgehauen das ist das große ding ok hier ist gar nichts da blinkt was nun ja ok wo finde ich die anderen sachen hier haben wir was oh warte mal moment easy peasy use komme ich hier nicht einfach an was heran das ist doch wasser ja wasser haben wir gut dann brauchen wir jetzt nur die maisstärke ne ja sehr gut ok kriege ich das aus irgendwas anderem heraus äh cornstarch doch ach das ist das zeug so das heißt ich brauche diese vier nur noch in der mikrowelle zusammenbringen oder wie also da stecke ich jetzt das wasser hinein i cannot use this here cool äh ne wie soll das gemacht werden checken kann ich es auch nicht ne ok es muss einen anderen weg geben die sachen zusammenzufügen kann ich hier irgendwas abstellen wenn ich hier zum beispiel die cup nein wenn ich hier oder das buch da rein oder so ne hä da oh empty pen ok das kann funktionieren use das war cool hat aber nicht funktioniert empty pen ok ist die reihenfolge wichtig ähm das mal kurz checken mais sirup essig wasser mais stärker mais ok mais sirup ich habe es mir natürlich nicht gemerkt war ja klar ne essig wasser vinegar wasser und dann die cornstarch so das in die mikrowelle so use rums weil das ist nämlich eine metallpfanne kaboom 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 so grabt ja wir haben glue alles klar so und die glue äh warte bin ich hier nicht schon richtig hab gleich die orientierung verloren warten auf die warten auf die gelose nein es war drüben hier genau so also glue use zack zack und da haben wir mercury und da haben wir okay wir haben beide aber was hat das denn jetzt zu bedeuten weil ne halt falsche richtung weil also die planetenmodelle müssen daher wohl eingesetzt werden und ich nehme an die reihenfolge ist halt eben diese puh tja diese was auch immer da gemeint war okay guck mal hier kriegen wir einen hinweis bei der 1 muss die erde hin äh ne das ist irgendwas anderes 2 wo haben wir dann den einen fehlenden der ist bei der 1 bei der 1 ist kein anderer planet drin kann ich die verschieben missing earth model okay da kann ich zumindest mit dienen earth model okay earth und dann hier mercury gold so schnelle körper quecksilber jupiter saturn oranus okay wie funktioniert das hier da komme ich nicht dran okay muss ich das hier irgendwie noch machen 1 2 3 scheint hier irgendein Dings zu sein ne solar the traditional okay nicht hier irgendwie so hier so ne wo kommt denn das wo dran oder drauf hm keine ahnung okay muss ich die anordnung erst noch verschieben das in der 4 ist ne das scheint so schon so zu sein ne also da ist die erde ich würde gerne zur erde zurückfliegen aber kann ich das irgendwie muss ich das muss ich das irgendwie beeinflussen aber vielleicht ist das der Code ne 35 bla 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 hm Sekunde was stand denn hier nochmal drauf check 1 4 2 3 kann ich das irgendwie beeinflussen ne 4 2 1 3 1 4 3 2 äh 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 so ne hm was mache ich damit es ist auch wieder rot und grün kann ich hier irgendwas eintippen kann ich nicht ok komme ich jetzt hier hoch nein hm komme ich jetzt an der Spaceship ran äh das ist gar nichts 1 4 2 3 ok soll ich dir eintippen ne halt Mercury oh ich kann die tatsächlich verschieben ich kann nur Mercury verschieben ich kann ausschließlich Mercury verschieben wie es aussieht ok cool hm naja wird das dir denn so angezeigt Mercury Mercury müsste in der 3 stehen steht in der 3 Mercury steht jetzt ok ähm ja 1 4 2 3 ne ha ha Mercury ich nehme mal an das ist hier mit Quecksilber gemeint 49 müsste also in der 1 stehen so komme ich denn jetzt in einen anderen Planeten heran ja komme ich nicht hm nö ich komme ich komme ausschließlich an Mercury heran ok irgendwas ist mit Mercury äh use ok das ist cool bringt uns aber auch nicht weiter hm ne das hat nichts zu bedeuten hm und hier wird das wird das angezeigt 1 4 4 welcher ist denn in der 4 4 was müsste der da jetzt sein tja ich weiß es nicht ich komme nur in Mercury heran hm hm ich habe nochmal von vorn begonnen wie beim letzten Mal auch schon das Kapitel aber ich hatte das hier noch nicht gemacht ne Mutter in Stabil möglicherweise sind wir deshalb oben nicht weitergekommen Federkode 3 1 2 da alt oh warte 3 1 2 nochmal Diagnose ok cool hier komme ich nicht weiter ran da ist auch nichts weiter hier vielleicht ne ne auch nichts dort ebenfalls nichts ok gut also hier hat sich nicht allzu viel getan gucken wir mal oben ob sich da was getan hat ah da hat sich was getan ja ok ja das haben wir schon gesehen ok dahin ich setze erstmal die Plan da sagst du was ok also erstmal den da wieder eingesetzt und Mercury da eingesetzt ne so ja und jetzt komme ich hier auch ran ok sehr gut so kann ich hier denn auch irgendwas machen da das jetzt schon so beleuchtet ne kann ich nichts machen ja gut ok aber cool aussehen tut es so jetzt brauchen wir das hier ähm also da ist äh da stand warte das hatte ich nur schon notiert check 1 4 3 2 die roten hier ne und die grünen nehme ich mal wieder angehören zusammen ähm das habe ich schon mal notiert was ich noch nicht notiert habe ist also äh eins ist Jupiter äh 2 ist Saturn 3 ist Uranus ne warte mal das wird so sein dass die das wird so ne Moment das wird so sein dass die in den jeweiligen ähm Sektoren hier sein müssen kann ich die erstmal alle in einen Sektor schieben das geht oh so dann habe ich sie nämlich der Reihe nach ich stelle mir vor dass das einfacher ist so also Jupiter soll in Sektor 1 sein Jupiter in Sektor 1 Saturn soll in Sektor 4 sein na Sektor 4 Uranus soll in Sektor 2 sein ach ach blöd das war es ja schon oh ok cool krass so Sektor 2 und Neptun in Sektor 3 ne doch das ist Neptun in Sektor 3 1 3 ok so dann grün ist ist die Zweitfolge 4 2 1 3 Quecksilber das ist nehme ich mal an Mercury soll in 4 sein 1 soll dort sein ok Venus soll in 2 sein na Venus bleibt in 2 die Erde soll in Sektor 1 sein und der Mars in Sektor 3 ok 27 warte mal ich schreibe es mir lieber auf 2708 ist der Befehlsraumcode ok das müsste halt Moment erst ausprobieren kommen wir da oben hoch hier hin zu fliegen ist vielleicht auch keine gute Idee aber wenn dieses Schiff schon nicht der Gravitationsstand halten kann kann es dann ein kleines Schiff das sich naja das sich hiervon abkoppelt hm keine Ahnung oh da geht es rein ne hier ja ok so 2708 2708 enter yeah Pilotschiff für 9 Passagiere wir haben aber gesehen dass es für sehr viel mehr Passagiere sein soll ok ok was können wir hier machen Pilotschiff der Druck wirkt sich auf rotes nahegelegen schwarzen Doss auf den Motorräumen auf fahren sie in den sechsten Stock sie haben 20 Minuten ah ist rein ok klar gerne halt hier mal da Ausgang wieso habe ich nur 20 Minuten hm wir sind hier im fünften Stock klar das heißt jetzt kommt der sechste Stock ok 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 loading da sind wir time left na super heroische Musik was ist hier unten da ist warum ist das so laut ich stelle das leiser hier ist gar nicht doch da ist irgendwas aber da komme ich nicht ran ok cool sie haben 20 Minuten na super ey nicht so laut das nehme ich mit das nehme ich mit lose green button ach warte mal lose green button kann ich den kann ich den äh hier mit use kann ich den hier mit ja kann ich ok ich habe den green button so was ist hier auch hier ist kein Mensch warum nicht da drüben komme ich nicht hin noch nicht doch da so erstmal gucken was ist hier eine mhm rot na hä rot geht nicht ok was ist mit grün die kommen da passen da nicht rein super 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 ok was haben wir hier noch ein roter beton an dem wir nichts machen können die hängen ziemlich tief luna ok da ist gar nichts äh hier ist nischt 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 da steht gar nichts muss ich die hier eingeben use nein wohl nicht ok was haben wir da drüben wir brauchen noch die nächsten bouton ne hier kann ich noch nichts machen die leitungen gehen da rüber und da rüber ok cool kriege ich hier irgendwas hin nein nein und nun ok die leitungen gehen da hin guck mal dort was ist das hier loose power panel ähm mit dem hier nein i cannot use this here wo es mit dem mit dem das funktioniert ok cool jetzt geht es hier rüber luna und diagnosis 212 ich nehme an das muss ich dann nach drüben angeben 212 212 212 212 212 ja wir brauchen aber erstmal noch einen gelben bouton ne so einige teile fehlen noch ok also den roten haben wir hier schon jawohl den grünen haben wir auch jetzt muss ich mir nur noch umsehen wo kriege ich den gelben her missing panel code äh der hier nö äh ja dann weiß ich es auch nicht ok panel code also ich brauche noch von irgendwo einen gelben bouton ja ok liegt der hier irgendwo rum scheinbar nicht da auch nicht ne ok habe ich den vorne irgendwo übersehen oh das ist laut hier leuchtet es zwar gelb ah da unten das ist offen ok warte mal gehen wir da mal hin das ist nicht offen das da ach hier lose panel control ok use ah ok das haben wir schon mal aber der gelbe button hm Fehlanzeige ne komme ich da rein ne ich habe nicht mehr richtig viel Zeit das leuchtet da doch so gelb da ist er ja ok so use ok cool also dann den gelben button da rein use so und hier das control panel use so was nun einige teile fehlen noch was fehlt denn noch missing joystick wo kriege ich denn zu dieser tageszeit noch ein joystick her äh ok joystick 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 hier ist ein joystick loose joystick ist das gut wenn wir das hier alles abbauen das wird doch sicherlich auch irgendeine Funktion haben joystick joystick use setzen sich und werden wenn sie bereit sind ich bin bereit ok oh 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 au das ist hm ach du liebe Zeit ok ok das ist nicht wie in der Intestilla hm war das gut hallo oh oh das war oh das war es schon ach das ist ja wohl ein Ding ok ist eine sehr kurze Folge heute geworden Entschuldigung ich hätte nicht gedacht dass es jetzt schon vorbei sein würde aber gut ja cool doch hat mir gefallen ja gut dieser Zeitfaktor darin ist ehrlich gesagt nicht so meins aber es ging ja wir haben es ja hingekriegt hat alles funktioniert insofern alles cool ja schön gefällt mir war ein kurzes Spiel war ein schönes Spiel die Umgebung war sehr nett gestaltet die Rätsel waren ja doch das eine das war ziemlich knifflig bis ich die Planeten bewegen konnte da habe ich doch ein bisschen länger dran gebastelt schön ja ich hoffe es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht und wenn ihr wollt wenn ihr mögt wenn ihr könnt sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder macht es gut alle tschüss